Wie lassen sich katholische und evangelische Kirchen von außen unterscheiden? Oh, das ist schwierig. In der Regel nicht. Es gibt zwar eine angebliche Regel, wonach ein Hahn auf katholische Kirche hinweist und ein Kreuz auf evangelische. Ich habe es bei mir zu Hause ausprobiert, da stimmt es. Aber in vielen Regionen Deutschlands stimmt es nicht. Noch irritierender, in manchen ist es geradewegs umgekehrt. Also Vorsicht mit der Regel, das besagt erstmal nichts von außen. Ich würde sagen, es gibt nur in drei Fällen wirklich Sicherheit. Erstens, die Kirche trägt den Namen eines Reformators, also Lutherkirche, Melanchionkirche, sowas in der Art. Oder eines Heiligen nach 1520, also Sankt Pius X. Kirche in Köln ist eine katholische Kirche. Oder wenn ein Schwan oben drauf ist, weil der Schwan ein Zeichen für den Reformator Martin Luther ist. In allen anderen Fällen hilft nur den Schaukasten suchen und gucken, was da steht. In allen anderen Fällen